So, zu wenig Arbeit. Wir machen jetzt nur euch hier weg. Zack. So. Ja, das habe ich aber auch clever gebaut, ne? Also Respekt. So, eigentlich müsste es jetzt wieder klappen mit der Einwanderung. Das ist eigentlich totaler Quatsch hier. Lieber noch eine Infanterie. So. Wie sieht es aus, Leute? Die Steuern sind so hoch. Also, ihr wisst ja auch nicht, was ihr wollt, oder? So. Wie sieht es aus? Komm jetzt wieder, Leute, rein. Steuern. Ja, steuerfrei. Wohl steuern in mutigen Einwanderungen. Ja, ihr könnt mich mal. Es ist steuerfrei, Leute. Dankeschön. So, ein bisschen Verteidigung hier aufbauen. Jetzt seid ihr alle bemannt, vor allem. Oh Gott, meine Angestellten reichen. Bei den Leute. Ja gut, euch werde ich bald löschen. Ich werde... Muss ich aber mal gucken, nähern sich eigentlich Feinde? Feinde, ja. Okay, dann warte ich auf jeden Fall mit hier weiter ausbauen. Hm, ich könnte die hier noch nutzen. Ich muss vielleicht gar nicht auf die Hauptinsel rüber. Das wäre gar nicht so duft, die Idee. Für Monaten? Ich meine, dann könnte ich hier auch die Warnlager machen für meinen Granit. Ich hole mich übrigens mit einem Krückchen an, oder? Weil... Aber hier können keine Gegner kommen, ne? Das überlege ich mir noch. Ob ich da ne Krücke hinmache oder so. So. Ihr werdet natürlich mit Krankheiten zu kämpfen haben. Das ist echt alles nah am Wasser. Aber das ist halt jetzt erstmal so. Wie sieht's hier aus, Freunde? Jawoll. Alles voll bemannt. Das gefällt mir gut. Muss ich halt dann hinter die Mauer zurückziehen. Das überlege ich jetzt grad. Ist hier noch ne Mauer davor. Das sieht zwar jetzt immer so schön aus, aber da müssen sie eins mehr zerstören. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich grad denk. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich grad denk. Mal gucken, ob das so klappt. Mal gucken. Mal gucken, ob das hier ist. Mal gucken, ob das hier ist. Mal gucken, ob das ähm jetzt ist. ein bisschen weiter aus hier unten? Ernsthaft? Ja cool, können doch machen, dass ich wollte Na gut, so viel ging da jetzt nicht hin Halt, ich will die eigentlich nicht weiter rumsetzen So Okay Die Sidos werden nämlich nicht voll von der Antiru, das ist nicht gut Okay, dann Äh, wie war ich da? 200? Das ist halt ein Wort, ne? Wieso hab ich denn den ICD mich gebaut? Die Sidos Die Sidos dass schon was angeschleppt wird, weil ich ein bisschen zu langsam mache. Ist natürlich jetzt ein bisschen weit vom Dock weg, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier Warnlager hinhauen soll. Da können wir hier rennen. Ich bin mir jetzt sicher, ob das Schiff schon losfahren darf, wenn wir noch entladen. Das ist halt die Frage. Ich glaub's nämlich nicht. Dann ist es nämlich kacke. Da hab ich alle, ne? Da hab ich auch alle. Okay. Gucken wir mal ein Geschenkchen los. Sonst sieht's aber echt gut aus. Die Steuern können wir auch wieder hochsetzen. Dann spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, uns fehlen Arbeitskräfte, weil das mit dem Geschirr einfach nicht so leuchtet. Wenn ich das jetzt gern hätte, gut, das hab ich natürlich ausgestellt, ne? Ja. Mach's vielleicht mit der Diener Ucke an. Wenn ihr schön seht. Da müssen wir schon mal ein Pavillon hinbauen, definitiv. Aber nur ihr. Ja, das ist natürlich... Brauchst du natürlich noch Arbeiter hier, ne? Arbeiterlager. Wenn ich da oben welche brauche, müsste es halt ein Stück laufen. Ja, hier kam natürlich jetzt alles rein, ne? So, jetzt guck ich mal kurz. Wir warten darauf, dass unser Schiss mit Schwach beliefert wird. Das geht nicht in dieser Auge. Wir müssen hier unten rein. Das geht so nicht. Dann sind wir ewig unterwegs. Das ist halt jetzt doof, aber muss halt sein. Man muss das hier unten nicht quetschen. Ähm, warte mal. Können den da noch viel Granit nehmen. Und diese Blattprobleme hier sind schon da ab, ne? So, ich würde jetzt gerne das hier eigentlich lernen. Was soll ich denn noch mit Gupro, bitte? Okay. Guck mal mal. Ähm, jo. Dann würde ich hier gerne das leider ausbauen. Und ich glaube, wir können eigentlich erwarten erstmal. Aber ich würde die gerne nach innen ziehen. Ich würde es doof, dass die Steine hier draußen sein. Ich bin gerade ne. Ne. Es tut jetzt kurz leid für euch. Aber ihr müsst nach drinnen umziehen. Das ist jetzt. Könnte das doof sein. Hier können wir halt mit Bier und Geschirr eigentlich auch gut hochziehen, ne? Ja, mit Geschirr. Ich habe ja kein Geschirr. Oh, das Bier und Geschirr ist total dinglich. So, Frage. Wo war ich das denn jetzt hin? So, ich bin bescheuert, ey. Hier platzmäßig. Nochmal das Wind hier weg. Schnell, komm. Ich möchte hier Granit einstellen. Gar nicht so schön. So. Okay. Was soll ich nur so weg? Okay. Das dauert. Okay. Genau, mach mal schön die Siegel. Das hat geil. Okay. Der Turm ist da. Das ist gut. Dann können wir euch die Töpfereien auch anmachen. Dann brauchen wir nämlich Leute. Ähm. Da brauche ich mehr Brauereien auf. Schnell, Mund. Dschω 2. Hier wird alles gut. Oh. Nein. Oh. Töpfereien. Oh. 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 So, machen wir das mal. Gucken wir mal, ob's so passt. Hier wird auf jeden Fall mehr. Dann habt ihr jetzt die Erlaubnis euch mehr zu holen, ihr Lieben. Ich bräuchte mehr Topfereien, weil das der Ton im Pop bleibt. Das hätt ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hab das irgendwie nie vernünftig. Ja, Moment, jetzt müssen wir mal langsam machen kurz. Ich muss mir kurz mal überlegen, wie ich das umplanen, dass ich keinen Platz ausnutze. Muss ich gucken, ob das so hinhaut. Ich muss das jetzt grad planen. Aber ich denke, dass es recht gut passt. Was ist der Ton im Pop so gut gelockt? Das hatte ich noch nie. Ein Monat. Bin ja tierisch gespannt, ne? Die sind so doof. Die sind so doof. Das wäre der Wahnsinn. Waffen zuhauf, ne? Ähm, dann würde ich jetzt sagen, das tut mir zwar echt leid für euch. Das war nicht so. Die sind ja schnell ausgegangen. Ach, du brauchst die nicht platt machen, Junge. Die werden eh wieder abgezogen. Naja, viel macht ja eh immer noch gut. So. Jetzt gucken wir mal schon mal langsam nach meiner Bewertung hier. Ähm, ja, natürlich. Schon mal langsam nach meiner Bewertung. Dann wären wir aber auch immer wieder gut. So ein bisschen. Kleines. Äh, okay. Äh, da wäre ne Kreuzung gewesen. Löwen vertei, of course. Strència. Ein receivers. Das ist liegend. Ja, hier wären noch ein paar. So. Der Kandidier ist immer noch leer. War auch lustig. Okay, aber... Ey, das geschieht euch jetzt mega gut. Das finde ich super. Und wir auch. Ich hab schon wieder Warnlager voll. Das heißt, ihr dürft euch auch mal Bier kaufen. Genauso wie ihr. Und da müssen wir gucken, ob es wieder mit Arbeitslosen jetzt Problemchen gibt. Ich weiß gar nicht, wo ich die Schreiberschule und alles noch hinbauen soll. Hier ist doch alles voll. Boah, 5000 Menschen. Wahnsinn. Jetzt hast du mehr Arbeitskräfte gebraucht. Das kommt noch. Oh, das kommt noch. So. So. Ich schau auf den einen hier. Boah, kann der mal den... Den hier wieder weg tun? Und rollen wir den Granit bitte weg. Macht halt gerade Gastelieferungen. Okay, also mit dem Bier müsst ihr eigentlich aus dem Kratos treiben. Brauche ich denn hier noch was hin, ey? Das ist doch... Ich glaube, eine Idee habe ich jetzt noch. Ich lasse jetzt mal noch schnell laufen, weil sonst dauert es echt ewig, bis wir ganze Granit-Granit da haben. So. Ich hätte mich jetzt überlegen, ob ich den weiter nach hinten setze. Dann muss er natürlich mit dem Gold weiter... Kann ich den eigentlich? Ich kann den doch abreißen. Das ist doch nichts, oder? Alles gut. So, und dann... Und dann... So, das passt doch eigentlich ganz gut. So, hier mal noch eine hin. Und... Okay, ihr seid auch schon da fast voll. Das ist doch super. So, 33. Ähm, ich bräuchte ein Gerücht. Wenn ich das hier platziere, das läuft doch niemals richtig, oder? Mal ganz ehrlich. Ich kann doch gar nicht klappen. Oh, ich ist hier zu weit, ne? Kann das sein? Ähm... Bist du eigentlich hinhauen? Ja, ich brauche Pyrus. Hier ist doch noch ein Gerücht. Ich bin hier in der Ferse. Oh, ich bin hier da. Oh, ich bin hier. Ich bin hier in der Ferse. Ich bin hier in der Ferse. gar keine. Okay. Zahnarzt. Ähm, gibt es eine Taste für einen Zahnarzt bestimmt. Was ist das denn? Ach so, Arzt. Was habe ich jetzt hier? Apotheke, Steuer, Polizei. Zahnarzt gibt es nicht. Ich habe jetzt alle Tasten durch. Wir hatten doch keinen Zahnarzt. Ich dachte, ich hätte überall Zahnarzt, die wusste ich hin. Hab ich echt gedacht. Oh, ich habe nicht der Glampolver getan. Ich probiere es jetzt einfach mal mit dem Gericht hier. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Ähm, ich erinnere mich oft an in einem Monat. Okay. Also, ich würde gerne die Arztpraxis hier irgendwie dahin machen. Alter. Oh. Da nimmt es alles wieder. Ich hab da oben gar keine Tür mehr hin. Kann ich jetzt eh noch. Ähm. So. So, die Hände sind jetzt zwar kaputt, denn da solltet ihr mithelfen, Freunde. Gut, die haben uns, glaube ich, ganz schön dezimiert. Ja, aber das ist okay. Da oben, doof, war es nämlich keine Türme gehabt. Natürlich ist es doof. Aber es ist halb so wild. Das können wir nämlich ändern. Ja, das eine mehr gleich weg. Die ähnlichen Arzt hier, ne? Wir holen da irgendwie eine Kankerung. So. Okay. Die Angestelle reichen jetzt leider nicht ganz. Noch besser. Okay. Dann müssen wir hinunterhauen. Gut. Wie sieht's bei euch aus? Ähm. Ja, das Gericht bringt hier natürlich nicht so viel. Deswegen. Hm. Hat auch nicht so gut. Ich hab halt natürlich auch echt viel Industrie daneben überall. Weil das ist halt ein bisschen blöd, ne? Auch hier mal noch wieder hin. So. Oh. Das ist Praxis. Ja, die Arztpraxis lässt mich zu gut. Ähm. Das ist halt alles ein bisschen beschachtelt hier auch, ne? Das ist halt echt ein bisschen schwierig. Was macht das Boot hier eigentlich? Bist du so stehen geblieben, ne? Kam wohl dann die? Gut. Also die Flut eben nicht. Die Ebbe. Wie auch immer man sind. Die Borschwemmung war weg. Okay. Der Osiris ist unzufrieden. Da arbeiten wir jetzt mal mit Tempel. Äh. Mit Schreien. Weil ich hab echt keinen Platz mehr langsam. So. So. Ich sehe, wie sieht's jetzt aus? Auch schon erfreut. Das möge ich mir doch. So. Zack. Wohlwollend. Wir machen halt auch noch der Bastard. Haben wir noch irgendwo Platz? Da hab ich immer noch für was anderes Platz. Ich könnte natürlich auch die Regenwege dann zubauen und schreien. Aber da warte ich lieber mal nicht. Das ist ein viel Feuer. Äh. Leute. Da brennt's gleich. Das ist ein bisschen super optimal, ne? Mhm. Mhm. Da waren jetzt nicht viele. Ja gut. Hat gereicht. Alles gut. Immer so lassen. Wie viel Granit haben wir? 141. Haben wir noch Platz? Da noch mal ein wenig. Da unten haben wir Platz. Definitiv. Wahrscheinlich nicht ganz reichen. Wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen was machen. Geschirr hier läuft super. Danke, Osiris. Oh. Ach so. Ich hab... Für die Häuser hat natürlich eine Feuerwache gereich gehabt, ne? Was so dann natürlich auch nicht mehr. Ach so. Dann schreien. Ja, ist okay. Wie viel die Teile wurde? Fertil. Und die Häuser. Und das ist auch ein bisschen einig. Wir sagen... ich glaube ich weiß ja nie Dann hab ich hier nämlich keine Arbeitskraft mehr Leute, dann kann ich hier noch ein bisschen was hinmachen. Das fiel ganz gut. Wir müssen nicht über die Fähre so blöd aus und rum. Okay. Also das Geschirr läuft jetzt mega gut. Also richtig, richtig gut. Äh, hab ich... Ja. Dann mach ich jetzt folgendes. Ähm... Der hat natürlich jetzt weit zu laufen, ne? Wir gucken mal, ob das so klappt. Oder ob das so schlechte Idee ist. Ja, der Ton kommt nämlich per Land, wie es aussieht. Das ist gut. Da mach ich's anders. Ich mach das nicht auf maximal holen, weil sonst ist der Karne da um die mit Ton zu beliefern. Und die kaufen alles. Da hab ich ja dann gedacht, dass die auch alles kaufen. das ist gut. Ich müsste hier oben dann vielleicht noch ein Bier machen. Bier, Bier, Bier. so... Wie die sich hier überall schön aufwerten können. Wie die sich hier überall schön aufwerten können. so... So, dann machen wir hier... Gut. Okay. Das ist schlecht nämlich. Gar kein Bier mehr. Wir haben viel zu wenig Bier. Das ist gut. Das ist gut. Aber. Ok. Was bringt der denn den Ton hin, das soll ihn hier lassen, bitte? Was sieht's denn aus wie mit meinem Granit? Oh! Bum bum, bum bum! Ich muss nur überlegen, wo war ich denn jetzt hin, wo war nicht... Ich weiß gar nicht, werden Monumente vernichtet? Ich kann's mir nicht fast so vorstellen. Ich mag hier hin. Geil. Gut. Ich weiß nicht, ob ich als Gewehrstraße kriege, aber nicht wegkomme. Nein, 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 das wurde doch bald. Okay. Ich hab jetzt gleich wieder zu wenig Löwe, aber das muss ich dann halt woanders umbauen. Ich hoffe, die werden hier bemannt. Hat vor allem die Feuerwehren der Architekt. Ja. Hat geklappt. Okay. Und jetzt hat geklappt. Cool. Also jetzt läuft's doch. Also Wohlstand, ja, Wohlstand passt nämlich schon. So. Jetzt brauchen wir ja nicht nur noch Tänzerinnen. Okay. Gärt irgendwo einen fetten Pabelljungs entsetzen, aber groß ist die Frage, ne? Ja. Übrigens ne, ich mache hier auch noch ein Turm hier in der Landiselle gemacht. So. Man hat mich aus meinem Haus geworfen. Man hat mich aus meinem Haus geworfen. Der Obelis dauert natürlich jetzt eine Weile, weil das ist natürlich auch ein großer. Das geht nicht so flott. Ja, Pech gehabt, ich werde nicht weiter auf. Okay, euch sieht es unten ganz gut aus. Ist das gereicht jetzt mit dem... Nur noch Arbeitskräftemangel ist ja der Wahnsinn. Äh, Tänzerin hat noch nicht gereicht. Das heißt, ich brauche eigentlich noch eine Tanzschule irgendwo. So. 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 Ja, dann müssen wir die halt auch ein bisschen hier mehr pushen. Wollte jetzt aber nicht das Problem sein. Das war doof, vor allem müsste ich hier hinladen. Okay. Ach, ich bin mal weg da. Äh, schnell! Okay. So. Das war ja auch. Ups, da war ich auch nicht wie Bier. Ach ja, Tempel wollte er natürlich auch noch. Also Einwohner, äh nicht Einwohner, ähm doch Bewohner habe ich jetzt in der Mission und auf jeden Fall mehr als genug. So. Obelisk ist auch gleich fertig, das ist auch super. So. 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 Ist doch Gott zu weit weg. Ähm. So. Guck mal nochmal. Okay, der Organisk ist gleich fertig. Guck mal kurz. Das hängt an der Kultur. Wo hab ich... Okay, eigentlich wollen wir nur noch Tänzerinnen. Das ist sehr schön. Ich brauch keinen Kupfer, danke. Die Organisk ist auch schon fertig. Ja, danke, nein. Äh. 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 Ne, das ist noch nicht. Oder die Sperre mal weg kurz. Ja, ich will das Kupfer nicht. Ich muss jetzt so Kupfer annehmen. Und der mich nur die ganze Zeit nervt. Ja. Da müssen wir einmal richtig laufen. Dankeschön. So. Wahrscheinlich brauche ich aber noch ein Pavillon irgendwo. Irgendwo. Das ist die Frage. Äh. 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 Wäre sie nicht, ne? Find's ja lustig, seit... dass ich seitdem ich hier... was gebaut hab, nicht eine Armee mehr hier kam. Ziiiick. Toll. Aufnahme hab ich jetzt wann anfangen? Boah. Ne Minute? He. Shit. Alle verneigen sich vor ihrem Glanz, o mächtiger Pharao.